In einem eher taktisch geprägten, aber spannenden Rückspiel gegen Arsenal konnte der FC Bayern ins Champions-League-Halbfinale einziehen. Und wie ihnen und Trainer Thomas Tuchel das gelungen ist, zeige ich euch in diesem Video. Zunächst einmal kann man festhalten, dass Tuchel vieles, was im Hinspiel auch gut lief, beibehalten hat. Schaut also gerne nochmal bei meiner Analyse zum Hinspiel vorbei, falls ihr die noch nicht gesehen habt. So hat Konrad Leimer wie auch schon im Hinspiel an Ödegar geklebt und ihn dieses Mal schon von Beginn an, so gut es ging natürlich, aus dem Spiel genommen. Ganz verhindern, dass er seine Aktionen hat, kann man natürlich nicht, aber er hat es wirklich schon sehr gut gemacht. Hat ihn häufig verfolgt, immer in Manndeckung genommen und ihn schon mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Bezüglich des Spielstils, da war ich ja schon sehr gespannt, was man machen wird. Ob man jetzt bei Bayern eher hinterein steht oder eher vorne drauf geht. Bei Arsenal genauso, da habe ich mir auch beides vorstellen können. Und da hat sich Tuchel tatsächlich trotz des Heimspiels für einen ähnlich pragmatischen Ansatz wie im Hinspiel entschieden. Also, dass man schon eher hinten drin steht und zwar seht ihr es hier auch schon. Man stand meistens in einem mitteltiefen bis tiefen 4-4-2-Block und hat dann eben auf schnelles Umschalten nach Ballgewinn gesetzt. Was aber mit den Spielern, die er zur Verfügung hatte, gegen Arsenal definitiv Sinn macht. Ich glaube, ein offener Schlagabtausch wäre da schon tödlich gewesen. Und dann glaube ich nicht, dass man sich hier durchgesetzt hätte. So hat man wirklich das Bestmögliche rausgeholt. Gerade Leimer und Goretzka haben das Zentrum wieder mal echt gut zugemacht. Und die ganze Mannschaft hat es konsequent und gut im 4-4-2 verteidigt. Selbst noch tiefer am eigenen 16er hat man es weiter im 4-4-2 verteidigt. Und nicht wie zu Beginn des Hinspiels mit 5 Mann in letzter Linie. Da ist ja Gnabry meistens noch mit nach hinten. Aber das hat auch eher für Unordnung gesorgt. Und besser war es eigentlich im 4-4-2, wie man es jetzt auch in dem Spiel durchgezogen hat. Das Ganze bot Arsenal, wie auch hier, natürlich immer wieder Räume an, die sie aber zu unsauber bespielten. Auch weil sie seltener wie im Hinspiel überhaupt in solche Situationen kamen. Das lag daran, dass Bayern mit Ball auf jeden Fall mehr Kontrolle wie im Hinspiel hatte. Da waren es rund 40% Ballbesitz in beiden Halbzeiten. Im Rückspiel waren es jetzt knapp über 50%. In der zweiten Halbzeit dann sogar 54%. Und im Ballbesitz agierte man aus einem 4-3-3 als Grundordnung heraus. Die seht ihr jetzt auch hier. Da war dann Leimer der 6er und Musiala und Goretzka die beiden 8er. Offensiv, wenn man den Ball mal höher hatte, wurde es dann meistens ein 2-3-5. Die beiden Außenverteidiger, links Masraui, rechts Kimmich halt neben Leimer. Und vorne die 5er Offensivreihe. Auch wenn man auswärts spielte, stellte Arsenal Bayern trotzdem meistens schon hoch zu. Und ist wirklich früh draufgegangen mit einem hohen Pressing. Wie im Hinspiel lenkte man die Bayern durch das Pressing aber klar auf die linke Seite zu Eric Dyer, dem linken Innenverteidiger. Der in diesem Spiel eine extrem wichtige und auch entscheidende Rolle einnahm. Hier in dem Beispiel ist der Gelb markiert und zeigt zunächst Linksverteidiger Masraui an, nach vorne zu schieben. Und zieht dann selbst ganz links raus bis auf die Außenlinie. Hier ein bisschen weiter, da hat man es dann auf die rechte Seite gespielt und nicht auf Dyer raus. Dennoch sehen wir hier rechts, dass Musiala, Declan Rice und Masraui, Bukayo Saka tiefer binden. Und Dyer somit immer ein bisschen Platz verschaffen, sobald dieser den Ball erhält. Also wenn jetzt Neuer zum Beispiel raus auf Dyer spielt, dann hat er einfach da einen großen Raum und somit auch viel Zeit, um den Ball dann weiterzuleiten. Genau das haben die Bayern sich auch zunutze gemacht. Dyer dann oft angespielt, da er freigelassen wurde. Und die Aufbaustruktur sah dann meistens folgendermaßen aus. Man hatte eine Art Viereraufbau, nenne ich es jetzt mal, mit Dyer auf der linken Seite. Kimmich rechts, De Ligt halb rechts als Innenverteidiger logischerweise. Aber der zweite, der linke Innenverteidiger, die Position war an sich frei im Aufbauspiel, wurde aber so halb von Neuer, der immer aufgerückt ist und auch Leimer, der sich immer mal ein bisschen fallen lassen hat, besetzt. Was an sich schon mal als Zuschauer recht schwer zu greifen ist, aber dementsprechend halt auch für Arsenal extrem schwer zu greifen und zu pressen war. Anderes Beispiel, hier in dem Fall hat Kimmich mal mit Goretzka rotiert, das haben sie des Öfteren gemacht. Kimmich dann im Zentrum, Goretzka mal er als Rechtsverteidiger, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert und hat auch die jeweils zugeordneten Gegenspieler ein bisschen auseinandergezogen und durcheinandergebracht. Und hier wird das Spiel dann auf Dyer verlagert, vor dem eine 3 gegen 3 Situation auf links ist, wie man hier noch sehen kann. Da haben wir White an Guerrero, Jorginho an Musiala und Saka eben an Musraoui, an dem er die ganze erste Halbzeit war, weswegen Dyer auch immer so viel Platz hatte. Allerdings gehen wir eins weiter, da hat dann Dyer den Ball, Saka zieht raus, macht Druck auf Dyer, wodurch dieser aber Guerrero im Rücken von Saka anspielen kann, der dann wie Musiala kurz kam und mit Tempo aufdrehen kann, weil die da halt in dem Raum in einer 2 gegen 1 Überzahl gegen Jorginho sind. Vorne bindet Masraoui weiterhin White und da ist dann eben viel Platz, in den die Bayern mit Tempo reingehen können. Und das hat es öfter gut geklappt in dem Spiel für Bayern, so kam man häufig ins letzte Drittel, in dem man Arsenal über links überspielt hat, mit Eric Dyer, der viel Zeit mit dem Ball hatte und viel Platz, bis er eben unter Druck gesetzt wurde. Und mit Musiala, Masraoui und Guerrero hattest du da vor ihm auch vor allem technisch starke Spieler, die es auf engem Raum immer wieder gut gelöst haben und sich so dann von hinten nach vorne befreien konnten, ohne dass Arsenal Pressing überspielt hatten. Und das zeigt sich auch in den Statistiken, Eric Dyer war der Spieler, der das Spiel am meisten über Pässe progressed hat, also der Spieler, der das Spiel am meisten mit Pässen vorangetrieben hat, viele progressive Pässe gespielt, immer wieder die Spieler vor sich in Szene gesetzt, die dann aufdrehen konnten und so eben das Pressing von Arsenal überbrückt. Diese Herangehensweise von den Bayern zeigt sich zudem in der Pass-Map, da war Bayern auch häufig komfortabel über rechts mal mit dem steigen Kimmich in den Druck hineinzuspielen, da wo Arsenal eigentlich zugestellt hat, einfach weil Kimmich extrem stark ist mit dem Ball am Fuß, musste da dann aber meistens doch eher wieder hinten herum spielen, das zeigt sich hier auch klar. Umso größer die Pfeile hier sind, umso öfter hat ein Spieler den Pass zu diesem Mitspieler gespielt. Bei Kimmich sind die meisten eher zurück, auch wenn er viele nach vorne hatte, während man das Spiel dann meistens auf die linke Seite verlagert hat. Da war eben Arsenal viel weiter weg, daher hat er das Spiel nach vorne getrieben, viele Pässe nach vorne gespielt, auf Masraoui, auf Musiala, aber auch auf Guerreiro und die haben dem Spiel da enorm geholfen. Auch Guerreiro hat auf dem Flügel absolut Sinn gemacht, weil er einerseits die Defensivkompetenzen hat, als ein Spieler, der häufig auch außen verteidigt hat, aber eben vor allem technisch extrem stark ist und auf engem Raum immer wieder gute Lösungen gefunden hat. Also links konnte man hingegen das Spiel nach vorne treiben, im Hinspiel war das meistens noch über lange Bälle der Fall, habe ich ja auch in der Analyse damals berichtet. Die meisten Chancen von Bayern sind da mehr oder weniger durch lange Bälle von hinten heraus entstanden. Jetzt im Rückspiel hat man viel häufiger flach und auch deutlich kontrollierter hinten rausgespielt. Die Passquote von Dyer zum Beispiel stieg im Vergleich von 77% im Hinspiel auf starke 92% im Rückspiel an. Mikkel Arteta setzte zur zweiten Halbzeit Saka schon hoch auf Dyer an, den sieht man jetzt hier nicht im Bild, aber ich habe ihn mal mit dem weißen Balken markiert, was dann aber dafür sorgte, dass Masraoui in seinem Rücken frei war. So überspielte Neuer ihn häufig einfach und Masraoui hatte dann Raum vor sich oder konnte Musiala mitnehmen, der immer mal wieder gut kurz kam und dann mit dem Ball aufdrehen konnte und ihn nach vorne getrieben hat über gute Dribblings und progressive Läufe. Auch das entscheidende Tor spielt man sich aus tiefen Ballbesitz über diese Seite heraus. Da ist es Masraoui, der hier etwas tiefer steht nach einem Ballgewinn. Der spielt Leimer an, der das Spiel dann nach rechts verlagert. Kimmich hat er dann im Ball, nimmt aber das Tempo raus, nimmt Sané auf der rechten Seite mit. Der bringt die Flanke, der landet dann bei Guerrero auf der anderen Seite und Kimmich kommt dann bei der zweiten Flanke von Guerrero aus dem Hintergrund, weshalb sich keiner bei Arsenal für ihn verantwortlich fühlt und so kann er eigentlich relativ frei einköpfen und die Bayern ins Halbfinale schießen. Man verdiente sich den Sieg nach einer ersten Halbzeit mit Halbchancen auf beiden Seiten durch die Mehrzahl an Chancen in Halbzeit 2, da man wie diesen Durchbruch hier über links immer wieder Chancen flach von hinten heraus spielte. In dem Fall schießt Sané weit drüber, aber war eigentlich auch eine gute Chance und generell war man da dann doch ziemlich spielbestimmend und hat das Spiel mehr oder weniger kontrolliert, sowohl mit, aber auch gegen den Ball, denn man konnte auch nach dem Führungstreffer genauso weiterspielen. Man hat es genauso fortgesetzt, weiterhin konsequent im 4-4-2 verteidigt, später dann noch nach den Einwechslungen von Kimmich und Upamecano im 5-4-1 und in der zweiten Halbzeit hat man überhaupt nichts von Arsenal zugelassen. Die hatten einen Expected Goalswert von 0,17 in der zweiten Halbzeit, also wirklich gar nichts und das war schon extrem stark verteidigt. Abschließend kann man sagen, dass Tuchel hier nicht nur aufs Kontern gesetzt hat, sondern der Mannschaft einen klaren Plan mitgegeben hat, wie sie sich befreien können und trotzdem maximal geordnet gegen den Ball agieren. Ateta hat hingegen keine nachhaltige Antwort darauf gefunden und ist deshalb mit Arsenal verdient ausgeschieden und der FC Bayern dementsprechend verdient im Halbfinale und ich freue mich wirklich auf diese Halbfinale-Begegnungen. Bayern, Real, Dortmund auch im Halbfinale gegen PSG. Es wird echt geil, ich freue mich richtig drauf, bringe dann auch Videos zu den Spielen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir auch gerne ein Like da, vielleicht auch die Glocke aktivieren, dass ihr es nicht verpasst. Alles freiwillig natürlich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!